Ich begrüße dich ganz herzlich hier heute im neuesten Video. Ich bin der Manuel Erk, Beziehungscoach und Herr Abholt. Und heute sprechen wir über das Thema Kommunikation und warum eine gute Kommunikation eben nicht jedes Beziehungsproblem lösen kann. Bevor wir jetzt in dieses Thema rein starten, muss ich eine kleine Ankündigung mit dir teilen, denn passend zu diesem Video wird es jetzt ein Online-Seminar geben, nämlich das Online-Seminar Liebende Kommunikation. Das erste Kommunikationsseminar, was ich gebe, wo es darum geht, wie funktioniert eigentlich wirklich Kommunikation und Partnerschaft, so dass es wirklich hilft und nicht immer so diese Standardsachen, die man hört. Also dass wir wirklich in die Tiefe einsteigen. Und da kannst du sehr, sehr gerne dabei sein. Alle Infos dazu findest du hier unter diesem Video. Und jetzt lass uns rein starten in dieses Thema. Es gibt eigentlich immer so zwei Hauptaussagen, die man hört zur Beziehung, damit es läuft. Die erste ist natürlich welche, du musst dich nur selbst lieben und dann läuft das schon mit der Partnerschaft. Und direkt danach ist die zweite Aussage, die immer kommt. Das Einzige, was es braucht für eine wirklich glückliche Partnerschaft, ist eine Kommunikation, ist gute Kommunikation. Wenn wir das schaffen, dann läuft es in Beziehungen. Und ich muss das immer ganz klar enttäuschen. Wenn das so wäre und es ginge nur um eine gute Kommunikation, dann würden wir bei weitem nicht so viele Beziehungen sehen, die scheitern. Und wenn du dieses Video schaust, wirst du wahrscheinlich selber genau das schon festgestellt haben. Und manchmal kommt man sich einfach veräppelt vor, wenn man das hört. Wenn jemand einem sagt, hey, du musst dich nur selbst lieben, hey, du musst doch nur, hey, redet doch einfach mal darüber. Wenn das doch mal so einfach wäre. Eine gute Kommunikation ist eben nicht so einfach und hat so, so wenig damit zu tun, was wir sagen und wie wir es sagen. Und das ist der wichtigste Aspekt, den wir erstmal verstehen müssen. Kommunikationstechniken an sich funktionieren deswegen genauso wenig, wenn wir anfangen mit irgendwelchen Sandwich-Methoden. Erst sage ich irgendwas Schönes, dann vielleicht ein bisschen was Kritisches und dann wieder was Schönes. Oder wir versuchen es mit GFK, gewaltfreier Kommunikation. Und all diesen ganzen verschiedenen Techniken, sie funktionieren nicht, wenn wir nicht einen anderen Aspekt vorher beachten. Denn worauf es letztendlich ankommt in einer Beziehung, ist überhaupt die Kapazität zu haben, den anderen zu verstehen und nicht die ganze Zeit in seinen eigenen Projektionen komplett verloren zu gehen. Weil das ist das Hauptproblem in Beziehung. Dass wir nie die Situation sehen, so wie sie in der Realität stattfindet, sondern wir betrachten sie immer aus unseren eigenen Prägungen, aus unserer eigenen Konditionierung und sehen niemals, was wirklich los ist. Und wenn Paare zu mir kommen, die ständig in Konflikten landen, dann hat das nicht damit zu tun, dass sie nicht richtig kommunizieren können. Das kommt ganz zum Schluss. Sondern es geht darum, dass sie überhaupt gar keine Kapazität haben füreinander. Überhaupt gar keine Kapazität haben, einander zu verstehen. Und lass uns das Ganze mal mit einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir ganz typische Alltagsdiskussionen, die wir in Partnerschaften einfach im Alltag haben. Nehmen wir mal das Beispiel vom Haushalt. Der Wunsch, kannst du nicht mal öfter das oder jenes im Haushalt machen? Kannst du nicht mal die Wäsche machen? Kannst du nicht mal hier die Spülmaschine ausräumen? Immer mache ich alles. Wenn wir jetzt versuchen, auf eine bestimmte Art und Weise den Partner mitzuteilen, dass er doch bitte die Geschirrspülmaschine ausräumen sollte. Am besten in der Sandwich-Methode. Dass man sagt, oh Schatz, ich finde, das hast du heute richtig gut gemacht. Dass du heute deine Schuhe ausgezogen hast, bevor du ins Haus gegangen bist. Und dann würde ich mir wünschen, wenn du vielleicht die Spülmaschine ausräumen würdest. Das wäre ganz nett. Und außerdem wollte ich dir sagen, dass heute deine Haare richtig gut aussehen, mein Schatz. Nein, ich überspitze es natürlich. Das verstehst du natürlich hoffentlich auch. Aber natürlich funktioniert es auf diese Art und Weise nicht. Weil wenn ich meinem Partner sage, bitte räum die Spülmaschine aus, dann ist erstmal die Frage, versteht der, was ich meine? Und was meine ich damit? Zunächst einmal hat es immer, wenn wir derjenige sind, der beispielsweise den Wunsch äußert, hat es damit zu tun, dass wir immer prüfen müssen, was ist mein Antrieb? Häufig ist es zum Beispiel, dass wir generell wüten auf unseren Partner sind, wegen etlichen Dingen, die wir immer geschluckt haben, zurückgehalten haben. Und dann ausagieren wir das in einer bestimmten Situation, dieses, oh, kannst du jetzt nicht einfach mal die Spülmaschine ausräumen? Obwohl schon tausend Momente davor waren, wo du dich eigentlich alleingelassen gefühlt hast, wo du das Gefühl hast, ich mache hier alles alleine, alles hängt an mir. Und du eigentlich dich ganz verloren und alleine innerhalb der Partnerschaft fühlst. Aber weil du das nicht ausdrückst, beginnt es sich dann auf irgendeine Beispielsituation zu richten und sich dort auszuagieren. Und bleiben wir jetzt erstmal bei der Person, die sagt, ich habe diesen Wunsch, dass du dir die Spülmaschine ausräumst. Es hängt nämlich noch mehr da drin. Denn wir inszenieren immer einen großen Teil unserer Kindheit erneut innerhalb der Partnerschaft. Das heißt, wenn ich in der Kindheit das Gefühl hatte, ich muss das hier alleine schaffen, da ist kein Verlass auf meine Eltern, da ist keine wirkliche Unterstützung da. Das heißt, oder ich sogar das Gefühl habe, meine Eltern haben gar keine Kapazität für mich, die stecken in ihrem eigenen total fest. Oder ich hatte so viele Geschwister, dass da gar kein Platz für mich war. Habe ich früh die Identität entwickelt, alles hängt an mir. Ich muss das alleine packen. Und das gleiche inszeniere ich mir auch in einer Partnerschaft. Das heißt, auch dort werde ich die innere Wahrnehmung haben, alles hängt an mir, alles mache ich alleine. Und gleichzeitig bleibt da immer ein Wunsch zurück. Es bleibt mich der Wunsch zurück, endlich mal diese Eltern zu haben, die einen unterstützen. Endlich mal diese Liebe zu bekommen. Und das ist, wonach wir permanent in der Beziehung dann häufig auf der Suche sind. Und genau das Gegenteil passiert. Weil wir natürlich durch so eine extrem autonome Struktur wie Ich-schaffe-alles-alleine immer einen Partner anziehen, der sich genau dort einlistet. Der denkt, cool, hier muss ich nichts machen. Ich lehme mich zurück. Die macht das schon. Oder der macht das schon. Und die können ihr Thema darin quasi ausleben. Das heißt, das ist das Erste, was beachtet werden muss. Warum erlebe ich, was ich erlebe innerhalb einer Partnerschaft, bevor es überhaupt an die Kommunikation geht? Weil wenn wir jetzt an der Stelle versuchen, darüber zu diskutieren, wie wir am besten dem Partner sagen können, kannst du dich die Spülmaschine ausräumen, schießen wir natürlich vollkommen am Ziel vorbei. Darum geht es ja noch gar nicht. Sondern es sind ganz andere Themen, die erstmal beachtet werden müssen, an dieser Stelle. Damit wir überhaupt klar kommunizieren können. Weil wir merken dann, da geht es nicht nur darum, dass irgendjemand mal die Spülmaschine ausräumt. Sondern es ist ein ganz tiefer liegendes, meistens Lebensthema. Ein tiefes mich alleine und verlassen fühlen. Und das Gefühl haben, alles hängt an mir. Und das muss erst geklärt werden. Weil ich dann überhaupt sehen kann, um was geht es hier? Was ist mein tieferes Bedürfnis darin? Und nun schauen wir uns die andere Seite an. Derjenige, die diese Spülmaschine endlich mal ausräumen soll. Was kommt bei dem an? Der hört dann einfach auf einmal aus dem Nichts, hä, ist war doch alles okay? Auf einmal wird er so angepumpt von der Seite und sagt, räum jetzt mal die Spülmaschine aus. Und er so, hä? Wieso redest du denn jetzt gerade so mit mir? Was ist denn hier los, ja? Und er beginnt dann sich angegriffen zu fühlen, so, hä, ich mache genug im Haushalt. Oder ich gehe zur Arbeit und verdiene das Geld, ja? Und weißt du, wie viel ich eigentlich noch zu tun habe? Und lass mich doch einfach mal in Ruhe, ja? Und die andere Person, die dann gesagt hat, kannst du nicht die Spülmaschine ausräumen? Die fühlt sich noch mehr verlassen, ja? Und so kommt dieses Spielchen immer weiter zustande. Und das ist das Erste, was gesehen werden muss. Welche inneren Themen berühren wir beieinander? Wo wir noch keinen richtigen Zugang zu haben, die wir noch innerhalb der Partnerschaft ausagieren? Und lass uns das fortführen mit dem Partner, der die Spülmaschine ausräumen soll. Welches Thema inszeniert sich bei dem an der Stelle? Da ist es nämlich häufig das Gefühl, ich reiche nicht aus. Egal, was ich mache, ist es nicht genug. Und es kann sein, dass diese Person noch nicht genug macht, ja? Das sei dahingestellt. Aber das ist häufig die innere Wahrnehmung. Dieses, ich werde immer nur kritisiert. Immer wird nur gegen mich geschossen, ja? Ich bin hier einfach nicht sicher innerhalb der Beziehung. Und das Gleiche hat meistens dieser Mensch auch in seiner Kindheit erlebt. Eltern, die häufig vielleicht einen Perfektionismusanspruch an das Kind hatten, die Leistung vom Kind gefordert haben, die ihr Kind anders haben wollten. und dadurch immer die Botschaft gesendet haben, so wie du gerade bist, bist du nicht okay. Und so geht es dann immer weiter. Und das erleben wir dann wiederum in Partnerschaften. Und das müssen wir verstehen. Weil erst, wenn diese Thematik bearbeitet wird, die wir ineinander triggern innerhalb der Partnerschaft, die Themen, die wir hochholen innerhalb der Beziehung, erst wenn die geklärt werden, dann beginnt erst Kommunikation. Dann kann man natürlich nochmal schauen, okay, wie kann ich mich ausdrücken an dieser Stelle, dass der andere mich versteht. Dann kann ich vielleicht auch ausdrücken, um was es mir eigentlich in der Tiefe geht. Und das müssen wir nachvollziehen und uns aufhören, immer auf dieser Sachebene auseinanderzusetzen in Partnerschaften. Da werden wir verloren gehen. Das Gleiche auch hier nochmal an der Stelle für die Singles. Das beginnt nicht erst in Beziehungen, sondern bereits, wenn wir jemanden kennenlernen, haben wir genau diese Problematik. Ich drücke nicht aus, um was es mir wirklich geht, sondern ich habe Projektionen auf den anderen. Es beginnt schon bei dieser Thematik, dieses, wollen wir das fortführen, macht das Ganze hier noch Sinn, wollen wir irgendwie noch weitergehen. Und diese ganze Thematik, ob ich sage, oh ja, habe ich total Lust drauf oder nicht, hat auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Das heißt, hier gibt es nicht den perfekten Weg zu kommunizieren, ob das mit uns beiden Sinn macht oder wir eine Beziehung führen wollen oder so etwas. Sondern auch hier geht es um ganz andere Thematiken. Das heißt, ich muss erst mal meine Bindungsangst vielleicht anschauen. Was macht es mit mir, mich wirklich mal für eine Beziehung zu entscheiden, mich für eine Partnerschaft zu entscheiden? Und dann merke ich, oh, da tauchen eigentlich ganz schön viele Ängste auf. Ich habe eigentlich Angst davor, dass ich dann der andere Erwartung an mich hat, die ich nicht erfüllen kann. Oder dass ich hier nie wieder wegkomme, dass ich mich wie gefangen fühle, dass ich hier nicht gesehen werde. Das ist mir eigentlich viel zu bedrohlich. Da bleibe ich lieber alleine oder such mir jemand anderen. Das heißt, hier hilft es nicht, auf eine besonders liebevolle und perfekte Art zu kommunizieren oder am besten auch mit irgendwelchen Kommunikationstechniken, sondern auch hier geht es darum, erst mal, was ist mein Thema? Und nun kommen wir zu dem Seminar, was ich geplant habe. Das wird eben kein normales Kommunikationsseminar, sondern da geht es genau darum, wie wir es schaffen, unsere Kommunikation zu nutzen, um diese Themen zu klären. Weil auch das ist möglich. Das ist nicht nur ein Prozess für, ich mache das jetzt mit mir alleine aus und wenn ich das für mich geklärt habe, dann kann ich dir erzählen, was ich wirklich will. Nein, sondern es gibt doch einen Weg der Kommunikation und des Austausches, der heilsam ist, mit dem wir unsere eigentlichen Themen klären können. Und das miteinander. Und da werden wir nicht mehr diskutieren darüber, wer diese Spülmaschine ausräumt oder nicht. Sondern da werden wir wirklich in eine Heilung miteinander gehen. Und das freue ich mich endlich mal in die Welt zu tragen. Das ist so essentiell. Kommunikation, und so komme ich zum Abschluss, ist ein Schlüssel für eine erfüllte Beziehung. Aber man muss wissen, wie. Nicht die Kommunikation, wie sie dir einfach immer verkauft wird. Und auch nicht immer dieses, ach, wir reden einfach über das, was gerade irgendwie unsere Probleme sind und versuchen da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Das ist alles nicht, um was es geht. Sondern wir müssen Kommunikation zur Heilung nutzen, zu unserer Entwicklung. Und das ist deutlich komplexer, als einfach nur ausdrücken, was ich gerne hätte oder was ich nicht gerne möchte. oder versuchen einfach ehrlich zu sagen, was irgendwie da ist. Sondern es hat eine höhere Komplexität. Und da werden wir gemeinsam einsteigen. Am 3. Dezember findet das Seminar statt. Wie gesagt, du kannst dir gerne dein Ticket hier unter diesem Video holen. Und mit dem Ticket bekommst du auch natürlich automatisch die Aufzeichnung, falls du nicht live dabei sein kannst. Und ich möchte dir zum Ende sagen, dass normalerweise in einer guten oder in einer gesunden Beziehung Alltagsprobleme niemals ein Problem ist. Ja, das meine ich vollkommen ernst. In einer gesunden Beziehung hat man wirklich andere Sachen zu tun, als darüber zu diskutieren, wer den Abwasch macht. Wer irgendwie aufräumt. Wer sich jetzt gerade mal um die Kinder kümmert. Das ist einfach etwas, was normalerweise aus einer gesunden Bindung von alleine entsteht. Weil wir aufeinander abgestimmt sind, eingestimmt sind. Wenn wir nicht permanent in dem Ausagieren unserer Themen sind, sondern wenn wir wirklich anfangen in Kontakt zu gehen. Und das ist, was ich so viele Menschen so gerne ans Herz legen will und auch in ihr Leben bringen möchte. Eine neue Form von Partnerschaft. Eine Beziehung, die nicht einfach nur eine Energieverschwendung ist, wo man die ganze Zeit nur im Konflikt ist, im Streit miteinander, im Kampf miteinander. Sondern, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können und aufhören, über irgendwelche Kleinigkeiten zu diskutieren. Sondern, dass wir in die Tiefe miteinander gehen. Und das ist für jede Beziehung möglich. Und nochmal, ich mag es gerne sagen, wirklich, diese Alltagsdiskussionen, die einen größten Teil von Partnerschaftsschreitigkeiten ausmachen, spielen in gesunden Beziehungen überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist auch etwas, was ich dir gerne von meiner Beziehung teilen kann. Es gibt nie, dass wir darüber diskutieren, wer irgendwie die Küche macht oder sonst etwas. Es ist ein komplettes, wir sind eingespielt. Jeder weiß, was einfach seine Aufgabe ist. Jeder übernimmt das, was ihm gerade möglich ist. Und so ist am Ende des Tages alles erledigt. Ohne, dass wir Pläne aufstellen müssen, diskutieren müssen, Putzpläne. Das ist Quatsch. Sondern es ist ein In-sich-Greifen. Wir haben eine Ausrichtung aufeinander. Nämlich dieses, ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte für dich da sein, so wie du für mich da sein willst. Und aus diesem liebevollen Miteinander entsteht automatisch alles. Die meisten Paare sind jedoch im Kampf miteinander. Sie fühlen sich bedroht voneinander. Sie sehen sich als Feinde. Und das muss nicht so sein, wenn wir lernen, wie wir das heilen, aufarbeiten und das durch eine wirklich liebende Kommunikation. Und das ist die letzte Überleitung zum Online-Seminar. Also ich freue mich, wenn wir uns am 3. Dezember dann live sehen oder dann vielleicht eine Aufzeichnung. Ansonsten freue ich mich, wenn du dieses Video gerne teilst mit all den Menschen, die immer noch glauben, dass einfach nur die Kommunikation die Lösung von ihren Beziehungsproblemen wäre und die ein bisschen mehr in die Tiefe einsteigen müssen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du dem Video ein Like gibst und schreib doch gerne mal in die Kommentare, was du dazu denkst. Ist Kommunikation wirklich die einzige Lösung oder kennst du noch so andere typische Klauseln, was das für eine Beziehung braucht? Vielleicht gibt es noch so diesen ein oder anderen Mythos, den du auch mal gerne in die Kommentare schreiben kannst, über was ich dann auch in der Zukunft mein Video machen kann. Ansonsten abonniere gerne den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst und ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen im nächsten Video. Bis dahin, ich wünsche dir alles, alles Liebe, dein Emanuel.